Hallo Leute, der Nightmare wieder hier. Ja, was beim letzten Mal passiert war, ähm, das Spiel ist wieder hängen geblieben und dann hatte ich keinen Bock mehr. Was dann passiert ist, ich hab dem Adrian, dem Adi, also der hat das Spiel gemacht, gesagt, du hör mal, da ist ein Bug, etc. pp. So, jetzt hat er das Game nochmal umgescriptet. Unter anderem soll Sarah jetzt wohl Damage machen können. Und, äh, ja, ich hab auch noch ein bisschen Geld. Ja, und jetzt muss ich die erstmal wieder ausrüsten, weil das haben die nicht mehr. Keule, hatte ich kein Schild, naja, leichte Rüstung. Gut, da fehlt wohl noch was, ein bisschen an Ausrüstung. Probe, gut, da fehlt wohl doch ein bisschen mehr an Ausrüstung, als ich dachte. Äh, Reihe wollte ich, naja, warte, halt, die in die zweite Reihe, sonst, Items. Äh, hier, Speicherhooken, cool, ne? Hat er extra für mich so, naja, Orange, Kirsche. Naja, gehen wir erstmal raus. Ich hab die Monsterator auf allen Karten, äh, warte, auf allen Karten heraufgesetzt. Jetzt wirst du nicht mehr so häufig angegriffen. Du meinst herabgesetzt, oder so. Naja, egal. Der Rosenort hat weniger LPs, geringe, ich hoffe, nicht zu schwach, fies sollte trotzdem sein. Ich schaue als erstes nach deinen Items, hast Obst im Gepäck und umbenutzte Rüstungsteile. Geld zum Ausgeben hast du auch noch. Das eine Item ist ein Geschenk vom Ersteller. Sollte tatsächlich weitergehen, kannst du ja andere Spielstände ansehen. Ja, der hat mir sogar noch mehr Spielstände gegeben, falls ich doch ein Problem haben sollte. Also, naja. Kaufen. Ich baue... Ja, da, Schild. Nein, nicht elf. Zwei. Zauberstab, ein. Hm. Zwei. Steinhelm, drei. Bringt nichts, nichts, nichts. Da. Zwei. Ja. Dann rüste ich jetzt nochmal aus. Raus, raus rüsten. Äh, Stahlschild. Nein, das hatte ich jetzt. Steinhelm. So. Rüsten. Jo. Leichte Rüstung. Ja. Steinhelm, ja. Federkette bleibt gleich. Moment, hier, die Federkette stimmt. So. Äh. Hier noch den Akoni. Stahl. Ober. Helm. Vielleicht. So. Waffe kriegt er wohl keine. So. Und jetzt auf in dieses Dorf da. Äh. Wie ihr seht, hier haben sich diese Wege ein bisschen verändert. Aber sonst die... Oh ja, der Ork sofort schon. Mal gucken, ob ich bestimmt um Sarah jetzt wirklich Schaden machen kann. Nein, Sarah macht immer noch keinen Schaden. Und ich mache verdammt wenig Schaden. Und er macht immer noch gleich viel Damage. Das ist uncool. Boah, wie wenig Schaden mache ich denn? Oh nein. Das darf doch nicht angehen. Gestunt. Das darf doch nicht angehen. Egal. Komisch hat der Akoni sonst nicht immer so einen Slash-Angriff drauf. Hm. Nein. Wieso macht Sarah keinen Schaden? Attack. Skill. Angriff plus. Joa. 20, ne? Sieg. 200 Förderungspunkte. So. Äh. Pflanzen. Da oben sehen wir noch mehr von diesen komischen Viechern. Und wieso kann ich den Stein nicht bewegen? Muss ich vielleicht rum oder so? Ah, Höhle. Okay. Ah, ja, natürlich. Du bist auf Monster gestoßen. Dann greifen wir diese Monster doch gleich mal an mit allem, was wir haben. Bitte, 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 bitte. Moment. Könnte es daran liegen, dass ich den Zauberstab werde? Der Zauberstab oder der Misty ausgerüstet habe? Ah, ich sollte ihn gleich mal wieder runternehmen. Naja. Ja, greift nur die Typen alle an. So. Skill. Fast. Jetzt wird mehr gemacht. Wer ist zuerst dran? Wer ist zuerst dran? Wer ist zuerst dran? Wer ist zuerst dran? Der Pony. Angriffs-Plus. So. Jetzt dürfte das schon ein bisschen spannender werden. Oh ja, 84 finde ich. Ja, doch. Zack. Und das... Wer hat mich jetzt gekillt? Naja, egal. So. Erst nochmal gucken, ob es wirklich daran lag. So, jetzt müssen wir gar keine Waffe. Mal gucken. Äh. Nein. Ähm. Äh. Was ist... Was sind das denn für Steine? Was? Warte. Was? Was ist zur... Okay. Moment, ich muss zum Schalter da hinten. Wieso denn diese ganze Aufregung da unten? Oder? Was muss ich denn erreichen? Ah, ich muss... Oh, oh, oh. Ach so. Ah. Ich verstehe. Ich muss wohl diese... Dingens auf die ganzen Dingens da kriegen. Hm. Das wird gar nicht so einfach sein, glaube ich. So. So weit, so gut. Nein, warte gar nicht. Was zur... Hä? Wie krieg ich den denn jetzt da unten hin? Okay. Okay. Moment, erst mal. Verschiebe ich... ...den da hin? So. Das hat wohl aber nicht viel gebracht. Was zur... Das wollte ich doch... Das wollte ich gar nicht. Hä? Hä? Was zur... What the... Okay. So, gucken wir mal. Gehen die jetzt wieder zurück? Der ja. Okay. Also, ich finde die Musik echt geil. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich... Nein, natürlich muss ich das nicht machen. Ja, ich... Äh, äh, äh? Ich verstehe die Höhle nicht. Okay. Der Stein lässt sich nicht... Okay, da oben komme ich nicht lang. Oh, nein. Nicht der. Skill... Und du Skill hast. So. Jetzt dürfte es wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Ding. Okay, Sarah macht keinen Schaden. Schade. Ich dachte, das liegt vielleicht am Zauberstapel oder so. Sag, sag. Ja, Nightmare macht schon deutlich mehr Schaden jetzt. Jawoll. Trotzdem macht er immer noch verdammt viel Schaden, dieser Kerl. Ausrüsten... Ausrüsten... Müsste... Waffe... Moment. Den hier. So. Ja, das Tolle ist... Ähm... Wo muss ich jetzt lang? Muss ich wo lang? Und was muss ich da... Oh! Ich sehe eine Kiste. Die war da vorher noch nicht. Kaputte Schwerter halten. Okay. Einfacher Zimmer... Sag mal, wie viele Sachen habe ich denn, die ich hier... Ein Chat ist zu zwei Teile gebrochen. Okay. Vielleicht muss ich vielleicht hier irgendwie so oder so. Was muss der machen? Moment, halt. Ja, wo werde ich hinter... Nein. Vielleicht werde ich ja an einen speziellen Ort geportet bei einem anderen Teil. Auch nicht. Hm. Nein, danke. Ähm... Ja, geh du mal zur Seite. Also, äh? Äh, was zur... Den nochmal dahin oder so? So, der Stern liegt drauf. Jetzt aus der Höhle rausbrotten. Sag, Herr Bockdorf, was muss ich tun? Dass sich der Stein da bewegt. Und da oben sehe ich noch so einen Golem oder sowas. Und ich will die ganzen Viecher da kalt machen, aber das... Kann ich nicht, wenn ich nicht weiß, wo, wie, was, wie, wo, was. Wie, wo, was. Äh, vielleicht noch das Grün? Äh, vielleicht noch das Grün hier irgendwas. Also, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwas mit der Höhle auf sich hat, aber... Ich würde gern wissen, was. Äh, doofe Höhle, du. Wir wissen, wie ich bei dir weiterkomme. Aber wieso überleben die auf einmal einen Schlag von mir? Naja, Schaden machen sie immer noch keinen. Daneben. So, und jetzt wieder aufladen. Attack. Attack. So, und jetzt halten wir noch den letzten Kalt. Das war doch mal ein epischer Sieg. Ja, das hilft mir aber nicht weiter. Hm. Hat das vielleicht irgendwas mit diesem Stein da auf sich? Kann ich mir aber auch schlecht vorstellen. Adi, Adi, Adi. Was hast du dir hier nur gedacht? Hm. Gehen wir den mal nach unten. Den da hin. Da hin. Da. So. Den habe ich doof geschoben. So. Ich versuche jetzt mal nämlich den Stein da, den hier. Da hinten hinzukriegen. Das dürfte gar nicht so einfach werden. Erstmals ich den da lang kriege. So. Du da lang. Das heißt, dass ich dich da weiter nach rechts, da links verschieben. Dass ich den Stein später hier hoch schieben kann. Gut. Dich nach da. Und dich. Schieben wir. Mach mal ganz, ohne nachzudenken, einfach mal ganz weg. So. Jetzt versuchen wir es doch mal. Okay. Jetzt könnte ein bisschen jetzt... Ich hoffe, es ist auch das Richtige. Was ich hier mache. Äh. Ja. Noch ein nach oben. So. Da lang, da lang, da lang, da lang. Da lang. Würde ich hoch schieben, würde ich nicht mehr runter kriegen. Also runterschieben. Da, da. 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 Du weg. Also ich muss sagen, die Musik finde ich total episch. Ich weiß nicht, woher die kommt, aber ich würde es gerne wissen. Ich hoffe, es ist richtig. Ja. Eines rollenden Felsens. Tada. Ah. Aber bevor ich rausgehe, ich genieße noch für ein paar Musik... Äh. Minute. Sekunden die Musik. Also. Ah. Die ist göttlich. Oh Gott. Hm. Also ich muss mich fragen, was für ein Lied das ist und so. Falls ich es von ihm herausfinde, ich sag es euch sofort. Weil... Oh Gott, ist das geil. Huh. Naja. Dann mach ich erstmal einen Schnitt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mal. Ciao Leute. Oh, geile Musik. Ciao.